Musik Nusch der Woche Nummero 13 Am heutigen Heute Die Themen sind Wie läuft der Streik Heute so ungefähr Ab Auch was können wir erwarten Am kommenden Freitag Ist mitnacht Sport Viel Spaß bei den Themen Ja, viele von euch wissen Ich schon, heute ist Ein sehr großer Bahnstreik in sieben Bundesländern Und da heißt Dass ein Großteil der Verkehrsbetriebe Lahm gestellt wird Wie die Öffentliche Verkehrsmittel Nah- und Fernverkehr Unter anderem Aber auch Kitas sollen Bestreikt werden Ähm Er ist ein Ja Relativ Hocher Aufwand Ähm Ja Das ist nur für den Einen Tag Erstmal Wenn diese Verhandlungen Weiter Scheitern sollten In Zukunft Kann auch mehr Tätige Streik Äh Kommen Können Ähm Für heute Einfach Plant euch genug Äh Reserve ein Genug Zeit Ähm Schaut euch Auf die Verkehrsbetriebe Wann fährt eure Bahn Und Not Karti nehmen Ähm Fahrrad Oder Diese E-Roller Ähm Die ja An jeder Straßenecke Sind Kosten Ja nicht viel Ihr müsst euch Nur da einmal Registrieren Anmelden Ähm Und dann Halbe Stunde Fahrt Sind Klapp 4-5 Euro Ähm Ja Ich wünsche Euch Allen Und Auf mir Äh Die Beruf Tätig Sind Ähm Die Kein Homeoffice Machen Können Viel Erfolg Am heutigen Tade Ähm Ich bin mal gespannt Von der Stadt Nürnberg Wird ein Mitternach Sport Angeboten Seit Jahren Das läuft Bald Aus Trotzdem Gibt Äh Nette Aktionen Wie Äh In den Wintermonaten Eigentlich An Jeden Freitag Irgendwo In Nürnberg Fußball Spielen Basketball Spielen Und Viele Weitere Sportarten Wie Auch Am 31 Dritten Mit Parcours Und Disco Eil Auf der Eisfläche Also bei uns Ist erstmal Jeder Jugendliche Oder jede Willkommen Voraussetzung Gibt es da Nicht Das Angebot Ist kostenlos Äh Man soll Spaß An der Sache Haben Fairplay Steht Bei uns Ganz Oben Hab Ihr Interesse Bekommen Dann Meldet Ich Euch An Auf der Jugendamtsseite Und Da Bekommen Ihr Auch Weitere Informationen Mit Und Da Kommen Wir Zu Thema Nr. 3 Lauf Oder Diese Woche Werden Keine Stream Kommen Außer Vielleicht Heute Abend Mit LX22 Kommt Ein bisschen Rauch An Ob Ich Besondheitlich Schaffe Zu Streamen Wenn Nicht Ist Diese Woche Stream Frei Drei Auch Am Kommenden Freitag Vom Niko Keine Stream Da Sind Außer Und Geht Ich Wieder So Fit Wie Sonst Spontan Könnte Da Irgendwas Passieren Aber Ich Ist Erstmal Diese Woche Keine Stream Handkündigt Damit Wünsche Ich Euch Eine Schöne Woche Und Bleibt Gesund Und Ich Versuche Auch Mich Zu Erholen Und Dann Können Wir In Einer Woche Wieder Für Der Nächste Woche Jetzt Bis Dahin Macht Gut Bleibt Gesund Ciao